UNTERTITELUNG Haben Sie irgendeine Ahnung, wer ich bin? Irgendein reicher Kerl ruft Sie an? Ich wollte mit Ihnen darüber reden, was Sie zu erreichen hoffen. Was hoffen Sie zu erreichen, Mark? Ich will der Beste der Welt sein. Gut. Hier ist der Schlüssel. Das Herrenhaus ist für Sie tabu. Okay. Coach DePont hat eine Vision. Er möchte, dass Foxcatcher offiziell anerkannt wird als Trainingslager der Olympiamannschaft. Mark, was hat er davon? Was überlegst du noch? Das ist es. Das ist alles, was wir uns je gewünscht haben. Sie haben im Schatten Ihres Bruders gestanden, solange Sie denken können. Doch jetzt sind Sie dran. Ich verspreche Ihnen, ich werde mein Bestes geben. Ich führe diese Männer an und ich gebe Amerika Hoffnung. Ich habe mein Leben lang nach einem Vater gesucht und ich habe ihn gefunden. In John DePont. John! 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 Wie dem auch sei, Ringen ist ein niederer Spacht. Und ich mag es nicht, wenn du vergisst, wer wir sind. Warum ist niemand in der Halle, Mark? Ja, ich weiß nicht. Du undankbare Affe. Mark. Mark. Mark ist in Ordnung. Gut. Dave, ich brauche deine Hilfe nicht. Was ist los mit dir und DePont? Dave, was habe ich gerade gesagt? Ein Coach ist ein Vater. Ein Coach ist ein Mentor. Ein Coach hat große Macht, großen Einfluss auf das Leben seiner Athleten. Mark. Das war's. Ich habe bei euch nicht. Das war's. Ich habe bei euch nicht. Ich habe bei euch nicht. Ich habe bei euch nicht gehalten. Zit讚.